Hallo, ich bin Günther, ich komme aus dem Hörbude, Willkommen zu einer neuen Folge Minekraft Fischfleisch, Aua, das war die Begrüßung, wieder mal zusammen mit, die Motivation ist wirklich sehr groß vorhanden, ich will mir heute einen Zaubertisch machen und erstmal ein bisschen hier die Mobs überleben und durchrennen und ein bisschen, erst mal die Kirschtumore ignorieren, das wird leider nix, na, länger habe ich es nicht geschafft sie zu ignorieren, ist das derselbe Enderman, den ich in der letzten Folge oder vorletzten schon zweimal bekämpft habe. Stimmt. Jetzt ist er wieder weg. Junge, der fuckt so. Ah, da hinten ist er. Ja, ich habe ihn und er hat eine Pearl gedroppt. Ich habe jetzt meine Schere leider nicht dabei, sonst würde ich wieder das braune Schaf scheren. Was machst du gerade eigentlich? Ja, ich glaube jetzt dreieinhalb, sechs. Was machst du gerade eigentlich, außer der Kirschturmur zuhören? Äh, Kodepaar. Ah. Und weil alles andere mit dem Monster so gut ist. Noch ein Enderman! Weil ein Enderman nicht schwer genug zu besiegen ist, muss ich dabei noch von Skeletten diskriminiert werden. Ja, Händermen sind dann nicht schwer. Ja, die machen schon Damage. Ja, und jetzt werde ich von allen hier genudelt. Zweieinhalb Herzen. Wer verdient. Ich lebe, ich bin ein Pro. Oh ja, schön noch eine Hexe, danke Gott. Der Minecraft-Gott ist mir wohl gesonnen. Ja, hier ist einfach nur ein Raum in der Wand. Oh, Räume. Räume sind überbewertet. Die Hexe hat sich's blieb gepfiffen. Der Zombie hat ein Eisenschwert, das Skelett entmutet mich. Ich lebe immer noch. Ich bin ein Pro. Oh. Aber Digga, nächste Folge oder so suche ich einfach nach eurem Zaubertisch. Ich weiß eh, dass er irgendwo beim Jan ist, weil du hast mir erzählt, dass du ihn selber nicht gefunden hast. Und wenn der bei dir wäre, hättest du das. Das war mit Absicht. Ja, genau. Ich werde hier grad wieder mal weggenudelt. Junge, was läuft mit diesem Server? Falsch! Wenn ich noch nicht tot bin, dann grenzt grad an Wunder. Oh, das eine Skelett ist in Snap'n gegangen. Okay. Es fehlt noch das Schießpulver. Das eine Skelett ist einfach in Snap'n gegangen. Ah. Okay. Ich kann es machen. Ich kann das jetzt mal gegen den Oper. Das ist ein Blödsinn. Das klang eins zu eins wie du. Was wäre so ein Ding? Es ist schon gar kein Bock mehr gegen das. Die triggern dich ganz schön. Ich hab heute echt keine Pfeile mehr, wieso hab ich keine Pfeile mehr. Ah, die ganzen Creeper werden getötet, nicht von meinem Bründerhof, nicht von mir. Alter, das ganze Skelette, die gehen mir so oft. Ja, genau wie die Kirche tun, oder? Die sind unten nicht so schnell gemacht. Ja, die sind einfach zwei Skelette, oder? Ah, ich seh dich sogar. Gehen wir kurz schlafen? Nein, wir gehen mobs, ich muss... Wir gehen mobs. Nein! Du bist echt ein Pro, ich bin in der Folge noch gar nicht gestorben. Digga, ich bin einfach ein Experte. Digga, das fällt halt so fett auf eigentlich. Man läuft einfach... Ja, ich hab nur 33, schade. Ich hab 6. Das fällt so dumm auf. Man läuft so durch den Wald, auf dem einen Baum ist einfach so fett eine Bruchsteinsäule. Ja, ich sag ja, ich hab... Aber wir sollen ja so machen, dass man weiß, wo die Base von anderen ist, deswegen... Weil meine eben in so einer Grube ist, hab ich vor... über der Grube auf einem Baum eine Bruchsteinsäule gebaut. Ich hab wieder vermehrt als Kleins gestorben. So, ich mach jetzt mal so einen... Nun, der ist eigentlich schon ein bisschen arschlochig, aber schadet jetzt nicht. Ich zweig mir einfach mit meinen Lein zwei Kühe ab. Äh, von wo? Äh, von der fetten Herde von 20.000. Äh, bei uns hier, oder was? Ja. Alter! Was? Scheisspinne, ey. Hier spawnen nicht zu viele Mobs, das sah nur... das sieht nur so aus. Ja. Ich will nochmal betonen, viel zu toll. Ja. Der Server ist auf einmal... Moment. Ja, es wird Tag. Katze. Ja, meine Katze soll kommen. Ich sollte mir vielleicht irgendwann mal wieder eine Axt machen. Kann man eigentlich mehrere Tiere gleichzeitig anleihen? Ja, natürlich. Aber brauchst nicht dafür genau, äh... Mehrere Leihen. Ja, ich weiß. Das ist ja klar. Wo ist diese Katze jetzt hin? Geflohen. Würde ich auch machen, ja. Wie geil ist, dass sie sich hinterher portiert. Ich hab sie gekippt, ich verlang löse Geld. Und hier portiere ich zu mir. Danke sehr. So. So, jetzt form ich... Sie laufen einfach überall pinke Schafe rum. Ja, ich war sowieso... Ja, wegen der Eröffnung im Zaun vom Jan. Ja, wegen der Eröffnung im Zaun vom Jan. Hm. Krieg mal. Krieg mal. Krieg wie, krieg wie, krieg wie. Der hat jetzt... Ich hab meine Blöden mit langen Dreischwelle auf mich übergehauen. Ich hab einfach keinen Ganfer, oder? Richtig viel Glück bei dir. Richtig viel Glück bei dir. Ich muss sagen, du hast zu viel Glück. Ja. Kommt, ihr gehört jetzt mir. Zwei Kanacken. Ich glaub, das schneid ich mal raus. Ich weiß nicht, ob's dafür n Bann geben würde. Äh, halt nie. Nein, nein. Böser Creeper. Ey. Ist das dein Ernst? Da haben wir jetzt einfach so'n scheiß Creeper hinterher. Ey, ist doch voll. Ja, wenn man zwei Kühe an der Leine hat, ist das echt richtig nice. Ich suche jetzt deine Base. Du suchst meine Base? Die ist nicht schwer zu finden, ne. Ich seh die eh nicht. Ey, die sieht man von übel weit weg. Ich geh vor allem grad hin. Nö. Bei der Reiner Distanz sieht man das vor allem sehr gut, ne. Sobald man an meiner Base ist ungefähr, müsste man das sehen. Ja, muss ich dann gleich mal gucken. Junge! Seine Kuh löst sich die ganze Zeit von der Leine. Ja, das ist auch so. Ich glaube, ich hab jetzt alles gefunden. Ich weiß schon, wo meine Base, oder? Ja, jetzt sehste. Ja, die kann man jetzt ruhig nicht mehr sehen. Ich sag's ja. Fetter Bruchstein-Turm. Hier hast du dich hoch gebaut? Aber ich fühle mich zwar nicht so, aber... Hä? Wo meinst du, hä? Ich weiß nicht, hier drin deine Base. Äh, in dieser Grube, die da ist. Und ich will diese Kuh gerade massakrieren. Hä, da wo dieses Wasser runterläuft? Ja. Hä? Hä? Bist du dumm? Ich komm gerade. Ich zeig's dir, wenn die Kühe sich mal nicht strecken. Ich mach Wasser im Statement. Junge, das hab ich da sogar selbst hinplatziert, den Wasserfall. Nein, das nicht. Doch, hab ich halt echt. Doch, hab ich halt echt. Kannst du in der Folge nachgucken, in einer vorherigen. Ich glaube in der ersten, die ich heute aufgenommen hab. Den Wasserfall hab ich da selber... Digga! Ich mach... Ich mach... Digga! Ich will diese Kuh gerade abschlachten. Ich bin auf einem Tipps Hühner. Ich brauch die Federn für... Ach, und ich soll deinen Namen rausschneiden! Ja, was denn? Du hast gerade selbst deinen Namen gesagt. Ja, dann schneid ihn raus. Mir? Er sagt selbst deinen Namen oder an mir bleibt die Arbeit mal wieder hängen. Ja. Sehr absichtlich. Sag mal. Diese... Dreckskühe. Digga hat die Uhr jetzt auch kurz geschlagen. Ja. Jetzt, wo die Uhr mich nicht mehr aggressiv macht, übernehmen die Kühe den Job. Sag mal. Diese eine verdammte Kuh. Die entwandt hier, glaube ich. Die bewegt sich einfach nicht mehr. Die hat einen Anfall. Genau. Die hat einen Schlaganfall. Sie kann... Jetzt kann ich aber einfach nicht mehr bewegen. Sie bewegt meine Beine! Genau. Genau. So ist es und nicht anders. Sag mal. Du bewegst jetzt deinen wabbeligen... Ich bring erst mal die eine Kuh weg. Jetzt hat die auch einen Schlaganfall, oder? Mein Ernst. Das dauert so ewig. Diese scheiß Kühe zu der Base zu bringen. Das sind drei Meter. Was machst du überhaupt jetzt gerade die ganze Zeit? Hier, Hühnersuchen. Und Creeper. Warum Hühner? Wegen den Federn. Ach so. So. Komm. Wir sind endlich angekommen, Kuh. Ja, jetzt will das Ding nicht mal mehr. Komm runter. Jawoll. So. Hier ist ein Perfekt-Tower für die Kühe. Erstmal natürlich hier nur so provisorisch abbilden. Und dass die Kühe nicht rauskommen. Gut. Alles klar. Du verstörst mich, weißt du? Gleiche für 20 Federn. So. Ich habe eine Kuh endlich weggebracht. Jetzt fehlt die zweite. Aber ich muss ja dann noch... Sobald die zweite Kuh da ist, war es das mit der Folge auch schon wieder. Ja. Ja, ich denke, ich höre dann auf. Was ist? Hallo? Was ist? Ist auf einmal so leise bei mir. Ja, ich bin gerade ein bisschen vom Mikro weggegangen. Ja. Ja, was hattest du gesagt? Ich höre dann auch gleich auf. Ich versuche mir irgendwie... Zu scheißen, okay. Ich nehme da allein halt noch eine Folge auf, aber... Komm, sag jetzt bitte, die Kuh ist noch geflohen, ne? Bist du das... Egal. Egal, ob es dieselbe Kuh ist, auf jeden Fall ist hier eine Kuh und die nehme ich jetzt mit. Die, die sich nicht bewegt. Komm, beweg deinen fetten wabbeligen Quintzern. Ich glaube, ich muss sie notschlachten. Nö. Vor allem habe ich gerade irgendwie das Verlangen dazu. Ja. Ja, ich schubs diese scheiß Kuh jetzt. Das geht schneller. Ja. Schön. Ah, jetzt hat die Kuh einen richtigen Anfall und läuft jetzt nur noch im Kreis. Was ist denn mit der? Schmeißen wir mal ein paar Feuerwelle. Alles klar. Ich habe gerade richtig fisch, ähm, Interesse an einer Notschlachtung, muss ich sagen. Denkst du, es reichen irgendwie, fast ein Stack? Federn, oder? Nein, Feuerwelle. Wofür? Für die Kanonen. Warum willst du Kanonen bach? Alles klar. Ja, ich höre jetzt auf. Okay. Junge! Äh? Yay. Ernsthaft? Cool, Leute. Das war's mit dieser Folge. Die nächste nehme ich nochmal. Alleine auch. Wir sehen uns. Bis. Dann. Und tschau. Scheiß Hall.